im video vom 2. dezember habe ich gezeigt wie man die favoriten aufruft heute zeige ich wie man welche anlegt damit der aufruf überhaupt sinn macht das ist im prinzip ganz einfach egal wo ich mich befinde zum beispiel ich suche mir hier einfach mal in den formen eine aus egal wo ich mich befinde es gibt jetzt überall diese kleinen sterne oben in der ecke und wenn ich darauf klicke dann ist damit das element zu den favoriten hinzugefügt wir gucken mal jawohl und ich kann das nicht nur für anmerkungen machen sondern auch für übergangseffekte da benutze ich eigentlich nur die blende bei den verhaltenseffekten benutze ich gerne pulsieren oder pop-up bei den animationen benutze ich gerne die benutzerdefinierte animation bei den cursor effekten benutze ich nur den ausgleich bei den audio effekten benutze ich sehr gerne die rausch und reduzierung und manchmal noch das ein und ausblenden und bei den visuellen effekten zum beispiel farbe entfernen und clip geschwindigkeit ab jetzt muss ich also nur noch die favoriten aufrufen und kann die meisten arbeitsschritte hier drüber aufrufen und muss nicht immer die ganze zeit in unterschiedliche menüs hier verzweigen